So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge und wir werden angeschaut... Von wo eigentlich? Ach da. Oh. Hier müssen wir was essen hier. Und gerade mal ein bisschen regenerieren. Äh, müssen wir mal ein bisschen gucken hier. Wir sind nämlich auch fast tot. Oh, oh, oh. Na, kommen Sie her, Herr Skeletor. So, in der letzten Folge haben wir... ... eigentlich nichts geschafft, soweit ich weiß. Deswegen, äh, wir machen jetzt die Folge hier noch ein bisschen Minenarbeit. Gucken wir, ob wir Diamanten finden irgendwo. Ähm, ja, wir brauchen ja nur noch einen... Können wir uns ja schon mal eine Spitzsacke mindestens sparen. Ich wäre eigentlich dafür, dass es... ... dass wir eine Spitzsacke... Erledigt! Wenn man schon vom Teufel spricht, findet man noch Diamanten. Wie geil war das denn? Okay, haben Diamanten gefunden. Ah, hier sind nicht noch mehr Augen, oder? So, versteckt mäßig. Nö, schade. Ah, geil, nochmal drei Diamanten. Das ist ja geil. Lapislazuli. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwas bringt. Vielleicht, eventuell. So. Hier geht's nur noch oben. Ist noch ein Enderman. Die möchte ich vielleicht noch töten. Kann ich das mal kurz machen hier? Wie schaut's aus? Geht's hier weiter? Nö. Okay. Tschüss. Ich hab zwei Enderperlen. Okay. Ah, die machen noch Damage! Und wenn ich von Damage rede, dann muss man natürlich auch Mini-Zombies nennen. Alter, die... die Viecher gehen mir auf den Sack, ne? Ganz ehrlich. Ohne Witz. So, ich muss sie ja noch rausfinden. Fällt mir grad so auf. Das wird natürlich auch noch eine Herausforderung. Da sind noch mehr Diamanten. Was ist jetzt los? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt kaputt? Diamanten, Alter! Wie geil! Wie geil ist das denn? Erstmal elf Diamanten! Dreizehn Diam... Dreizehn Diamanten! Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich eigentlich ficken hier? Ich kann doch keine 13 Diamanten finden jetzt so einfach. Das ist doch... Mission Impost... What? 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 Was? Ich hab die nicht hierhin gecheatet. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich stand an derselben Stelle, wo ich mich ausgelockt habe. Ich habe nichts gemacht. 16 Diamanten! Was? Du fickst mich nicht. Ich fick dich. Ich fick dich! Alter, nach oben hier. Weg hier! Weg! Weg! Verpisst euch! Verpisst dich! Boah, einfach mal weggebasht die Bitch, Alter. Alter, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ah! Scheiße! Wie geil! 16... Ah! Plus die zwei sind 18 Diamanten! What? Das glaubt mir doch keiner! Alter, Finne! Und... Ich hab nichts zu essen dabei, ne? Fick die Hände. Ich muss hier raus eigentlich, Leute. Die Frage ist nur noch, wo komme ich denn raus? Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hier rauskomme. Bin hier unten noch mehr? Aber man soll ja nicht zu gierig sein, ne? Nee, man soll nicht zu gierig sein. 18 Diamanten sind 18 Diamanten. Alter, ich raff's nicht. Ich raff es einfach mal nicht. Ich gette das einfach mal nicht, ey. Boah, ne. Ich fahr hier nicht in die Lava. Nicht hier. Nicht heute. Ah, ich würd mich einfach nach... Gerne nach oben einfach rausbauen. Das wär mir grad am liebsten, wenn's einfach mal geht gerade. Gucken. Ich guck mich aber trotzdem noch mal weiteren Diamanten um, weil... Woher... Nee, ganz ehrlich. Raus hier. Raus. Einfach mal raus. Ich setz keine 16 Diamanten aufs Spiel. Nee, 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 nee. Ich... Ich... Ich kram mich raus. Das ist mir... Ganz ehrlich. Das ist mir... Alter. Ich... Ich komm da grad mal nicht drauf. Klar, ey. Was ist denn hier los? Bauen wir hier mal zu. Also raus hier. Raus. Raus. Nein. Ich bleib hier nicht drin. Mal gucken, ob ich mich oben dann zurecht finde. Aber eigentlich sollte man ja nicht so weit... Äh... Von unserem Haus weg sein. Jetzt schreib ich... Geil. Jetzt schreib ich bei der 8. Folge... Verwende nur Diamant-Werkzeuge hin. Wie geil ist das denn? Wie... Wie... Krass. Ich das einfach mal nur feier. Alter Finne. Ich... Ich feier das. Weißt du was hier? Komm. Bauen wir uns einfach so raus. Das ist mir jetzt zu heikel. Ich bin hier raus. Raus hier raus. Ah. Hilfe. Ich hab so viele Diamanten. Oh Gott. Wenn man so viele Diamanten hat, passiert ja meistens was Schlimmes, ne? Dann passiert ja meistens echt was Schlimmes. Ich hoffe mal, es ist keine Nacht oben. Aber es ist bestimmt gerade Nacht oben. Könnte ich wetten. Raus hier, Alter. Ich komm mich drauf klar. Aber ist verständlich, oder? Einfach mal so ein Glück zu haben. Naja, gut. Okay, da geht's raus. Sehr gut. Raus. Okay, ist es Nacht? Creeper. Nein. Okay, wo müssen wir lang? Das ist ein völlig anderes Bion. Okay, hier mal auf den Berg, um uns umzuschauen. Ist das das, was ich denke, das ist? Ja, wir sind richtig. Irgendwie. Wir müssen in die Richtung hier. Theoretisch. Ah, mal gucken. Lachen wir mal hier lang. Wir müssen hier eigentlich lang. Hier stand irgendwo noch ein Creeper. Musst ich ein bisschen aufpassen. Okay, ich kann nicht mehr rennen. Hier oben müsste irgendwo unser Haus sein, oder? Oder? Weil da drüben ist die Wüste. Äh, da unten? Ah ja, da. Da ist unser Haus. Okay. Oh, wir haben die Diamanten nach Hause gebracht. Holy sheet. Holy sheet. Geh, geh von meinem Rasen runter. Dankeschön. Dankeschön. Pass auf. Wir machen das gerade mal. Ich lege mal die Koppels so weg. Äh, das Eisen. Joa, kommt von mir aus hier. Da noch rein. Weg damit. Alter, 18 Diamanten. Ich feier das. So. Ja, dann machen wir uns hier erstmal Werkzeuge, ne? Erstmal eine Spitzhacke. Erstmal ein Diamant. Äh, eine Schaffel. Das müssen wir natürlich auch machen, ne? Weil unter Diamantwerkzeuge wird ja eigentlich alles verstanden, was aus Diamant ist. Ja, dann haben wir noch sieben Diamanten übrig. Was ist denn da los? Hier. Einfach mal alles aus Diamant. Ich feier das gerade. What? Okay, schlafen. Schlafen. Okay. Schlafen. Hier ist noch ein Seed. Den können wir noch anpflanzen. Zack. Rasen. Gut, dass über meinen Rasen läuft, ist mir aber gerade. Egal, ich bin glücklich. Wie craftet man denn eine Enderkiste? Warte mal. Enderchist. Enderchist. Endertruhe. Minecraft-Wiki. Wie craftet man die denn? Äh, mit Obsidian und einem Enderauge. Nein, wie craftet man das Enderauge? Weiß ich gar nicht. Äh, mit einem Lohnstaub. Okay, dann müssen wir dann in die Ender. Ist ja aber jetzt alles kein Problem mehr. Alter, wir haben Diamant. Mach's doch los. So, pass auf. Ähm. Wir brauchen noch einen zweiten Ofen. Oder auch drei. Yolo. So. Dann machen wir das einfach mal so hier gerade. Uh. Ne, nicht so. Nehmen wir hier mal die Hälfte Kohle raus. Nehmen das mal so hier rein. Und gucken wir, ob wir ein paar Äpfel finden. Äh. Ich nehme mal nicht gleich alles an Diamantwerkzeugen mit. Mein, das reicht ja erst mal. Aber die Diamanttocke nehme ich grob mal mit. Ich mache mal ein Yolo. Alter, ganz ehrlich, ne? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ohne Witz. Dass wir direkt mal so ein Lack haben. Und einfach mal. Alter, ganz ehrlich. So. Hier noch einen rein. Dann können wir hier mal den Fisch braten. Und dann haben wir auch noch ein bisschen was zu essen. So. Hier von den Bäumen kommen eigentlich Äpfel runter normalerweise. Schönen wir mal. Dann können wir noch einen goldenen Apfelcraft und dann haben wir in dieser Folge schon wieder zwei Challenges erreicht. Ähm. Die erste war heftig. Alter. Ich komme nicht drauf klar. Das ist die beste Folge bisher. Alter, beste Folge. So. Bisschen Holz kriegen wir auch da durch. Ist das super. Und wir roden auch hier ein bisschen. Es ist natürlich. Wir müssen dann hier alles ausleuchten. Jetzt wo wir hier so ein bisschen weghacken. Ist dann. Äh. Wächst natürlich auch die Fläche wo wir jetzt Monster spawnen können. Ach. Den lassen wir mal noch hier stehen. Der steht doch ganz schön aus. Den lassen wir mal noch. Ähm. Dann müssen wir dann ein bisschen gucken. Lassen wir hier noch ein bisschen was ausleuchten. Damit hier nicht so allzu viele Monster spawnen. Okay. Fällt schon ein bisschen was runter. Hier wächst schon ein bisschen was runter. Okay. Ich mache schon noch mal ein bisschen Holz weg. Huch. Ich könnte eigentlich mal das Overlay weg machen. Meine Güte. Fällt einem gar nicht mehr auf dann mittlerweile. So. Haben wir hier alles. Da bisselt. Ja. Haben wir. Bisschen Apfel. Den können wir mal. Direkt verkraften. Ich weiß nicht. Geht das nur mit Gold Bahn. Oder auch mit Gold Nuggets. Versuch das mal mit Gold Nuggets. Gehen wir mit Gold Nuggets. Gucken wir mal. Funktioniert nicht. Nö. Okay. Funktioniert das nur mit Gold Bahn. Oh. Da haben wir ja nicht genug. Oder doch. Ne. Da müssen wir noch ein bisschen Gold finden. Aber gut. Wir haben. In dieser Folge. Unsere Ziele erreicht. Auf jeden Fall. Oh. Delicious Fisch. Ist uns noch ein bisschen satt hier. Und was können wir noch machen. Also ich muss gerade mal hier ein bisschen gucken. Craft einen Golden Apfel. Können wir jetzt nicht machen. Zähle mir hier einen Hund und eine Katze. Züchte alle neutralen Tiere. Bau ein Bett. Jeden Fisch. Bau ein Höhlenportal für den Hinterwarzen. Das müssen wir noch. Eine Enderperle haben wir gefunden. Bau ein Trank. Das müssen wir noch machen. Craft einen Zaubertisch. Mit 15 Bücherregeln. Verzauber ein Schwert auf Level 30. Ach siehste. Ein Zuckerrohr fällt. Das können wir. Oh das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Easy. Ich feiere das mit den Diamantwerkzeugen. Ich feiere das. Feiert er das auch. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Nein. Ich bin nicht so ein Kommentarfreak. Weil ich weiß, dass ich noch nicht so viele Kommentare habe. Und deswegen sage ich erst gar nicht. Hier schreibt es mir in die Kommentare. Und dann kommen mir keine Kommentare. Das ist sinnlos. Haben wir keine Erde mehr? Oh dann müssen wir unsere Diamantstoffe benutzen. Oh 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 oh. Oh Gott. Hier nochmal ein bisschen was abroden noch an der Erde so. Mal neu platzieren. Und dann machen wir hier in der Mitte einen Wassergraben. Zack. Da brauchen wir noch ein Wasser hier oben. Müssen wir noch mal holen hier. Zack. Und dann können wir hier schon mal den Zuckerrohr anpflanzen. Das Zuckerrohr anpflanzen. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Haben wir noch ein bisschen Zuckerrohr? Ich glaube ja. So 14.4.50. Passt super. Folgenende ist auch jetzt gleich sofort. Zack. Zack. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und ciao.